Dieser Stein beherbergt den trockensten und heißesten der vier Winde, den Chirocco. Das war einfach doof. Alter, ich hatte gerade voll... Leute, habt ihr schon mal so Rückenschmerzen gehabt? So. So, irgendwie Rücken verringt, weil ihr irgendwie scheiße wart. Das ist schlimm, Alter. Okay, wir gehen zum Sommer. Sommer, wo bist du? Sommer, wo bist du? Das sing ich auch immer, wenn wirklich Sommer ist. Hier in Deutschland. Sommer... Stimmt halt, hier gibt es einfach nie einen richtigen Sommer. Obwohl, eigentlich schon. Habt ihr eigentlich nie Probleme mit dem Sommer? Also... Ich hab keine Ahnung, was die Leute immer wollen, aber... Und für mich war immer Sommer genug, Alter. Wie viel Grad wollt? Die 80 Grad, oder was? Okay. Ich hab schon wieder den Vogel... Ich hab' nen Vogel nicht gesehen. Ich frag mich auf, wie viel Prozent wir sind. Das ist ne gute Frage. Okay. Wie muss der runter? Dann hier rüber. Dann hier rüber. Ich rät scheiße. Ich glaub' das war der falsche Weg. Bin ich mir sogar fast sicher. Ja. Jetzt muss ich wieder richtig... Zielen wollte ich sagen, aber so geht's auch. So geht's auch. So geht's auch. Ich hab' ne schle... Ich muss ehrlich sein. Ich hab' am Anfang, bevor ich das Spiel gespielt hab' ne schlechte Bewertung gesehen. Und da hat jemand gesagt, ich spieß doof, weil... Der Fuchs wird gegen seinen Willen schon gleich am Anfang. So... Gezwungen halt, ihr wisst schon was zu machen. Und dem halt so... Die Spieße spielen jetzt nur zu Ende, bevor du bewertest. Okay. Ich hab's mit dem anderen Dings. Das ist ein bisschen schöner alles. Wow. Ne, wir wollen nichts haben. Ich muss einfach mal hier runter. Und dann... Ne, wir müssen gehen jetzt zum Gipfel. 100 Pro. Weil der wurde gar nicht benutzt. Ne, der wurde gar nicht benutzt. Genau, wir gehen jetzt zum Gipfel. 100 Pro. Aber manchmal, jetzt laufen wir eigentlich an dem vorbei. Das heißt, eigentlich müssen wir ihn jetzt sehen. Aber hier fände ich mich gut aus. Weil ich jetzt zehnmal das spielen musste. Okay. Eigentlich müssen wir jetzt an ihm vorbei laufen. Aber... Oh. Er ist da. Was ist das denn? Jo, Alter. Was ist mit denen jetzt los? Okay, wir sind einfach zum Gipfel. So. Ich baue ihn natürlich. Genau, was die machen halt. Da hat's schon die Scheiße drauf. Hier ist aber bestimmt irgendwas, oder? Und hier war gar nichts. Gipfel. Immer noch nichts. Tatsächlich. Ich hab wohl nicht mehr angesprochen. Okay. Ich muss wahrscheinlich diese Viecher einfach da runter. Ah, Janne. Du hast gut festgestellt. Gipfel hier. Null, das hier. Aber egal. Vielleicht kommt da ja noch was. Dann die Sache runter da. Und da wird wohl der letzte Stein, oder was? Ja, hier. Dieser Stein beherbergt den trockensten und heißesten der vier Winde. Den Chirocco. Vier Symbole wurden rundherum eingraviert. Wer auch immer sie gezeichnet hat, wollte die Macht des Steins schwächen. Ich habe diese Symbole schon einmal gesehen. Ich kann Sie Karten hören, die auf einem Ast weiter unten zirpen. Finde sie und beobachte ihr Verhalten. Sie wissen, wie man diese Markierungen vervielfältigen kann. Was für Zikaden. Und jetzt geht es weiter runter. Spann. Bitte diesmal nicht so schlimm wie das andere. Das war so schwer. Ich muss ja wieder diese Viecher finden. Weil es ist dann nicht so schwer. Es kommen noch mehr Orte. Ich suche. Das war so schwer. Oh, das war so schwer. Hm. Irgendwie ist hier nichts. Dieses wird man probieren. Soll ich da reden? Probier ich aber nicht. Muss ich jetzt auf Herbst noch stehen. Jetzt bin ich wieder hier. Ich soll doch hier runter. Wieso isst du dann einfach niemals? Wo sind die Tristica ab? Wo sind die Tristica ab? Du bist der Tristica ab? Der Tristica. Worte die Tristiche. Ich kann nur die Tristica. Ich habe auch wieder einen Zettung die Tristica. Der Tristica. Ich habe den Tristica. Dar Stimme hier. Und das war's für ein dritter. Komm schon mal. Untertitelung. BR 2018 Ich kann mir jetzt nur eines vorstellen, dass die oben sind, aber das ist auch nichts. Keine Ahnung, was der von mir will, der Bälle. Ja, hier doch auch schon eine eigentlich. Die sind doch runter, dieses scheiß Viecher. Ja, also eigentlich kann das nicht mal sein. Ja. Hier irgendwas. Irgendwelche scheiß Insekten. Das sieht aus, als wenn die da Zeichen an der Wand, aber ich weiß nicht. Das ist schon wieder so viel in meinem Kopf. Ja. Ja. Hä? So wird mir das Zeichen vom Typen angezeigt. Ich verstehe das Spiel irgendwann manchmal nicht. Das sind einfach viel so viele Stockwerke. Was soll ich da eigentlich? Hä? Was sollt ihr mir damit sagen? Was willst du mir damit sagen? Das sagt mir gar nichts. Was soll ich den großen Sonnen Sapkuk된? Ja. Ich weiß gar nichts. Was soll ich mal sehen? Was soll ich über! Was soll ich denn stecken? Was wollen die von dir? Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass ich es unten eingeben soll, oder wie ich fahren soll, weil ich es nicht so gut machen kann. Wenn ich euch jetzt diesmal folge, geht's dann. Scheinbar hätt ich euch freuen. Passt. Ja. Ja. Das war's für heute. Was wollen die von mir? Ich verstehe es nicht, Entschuldigung. So, ich habe auch noch ein, zwei. Ach, hier ist es falsch. Woher soll ich die Reihenfolge messen? Wisst ihr, was da an der Wand steht? Ich verstehe kein Wort. Du machst jetzt halt nochmal einen Kreis. Was wollen die von mir? Ich hab die Blut geflogen, wenn ich mit einem Gramm rein schiebe. Und ich habe auch noch ein paar Blut. Ich habe die Blut geflogen, die Zwiebel, die Zwiebel werden zu geben. Ich habe das, was ich in der Umgebe wieder zu geben. Ich habe die Zwiebel geflogen. Was ist das für ein Scheiß, ganz im Ernst. Was ist das für ein Scheiß, ganz im Ernst. Erstens habe ich mich alles angesetzt, irgendwie eine neue Uhr umgesetzt. Was ist das für ein Scheiß, ganz im Ernst. Was ist das für ein Scheiß, ganz im Ernst. Was ist das für ein Scheiß, ganz im Ernst. Was ist das für ein Scheiß, ganz im Ernst. Was ist das für ein Scheiß, ganz im Ernst. Was ist das für ein Scheiß. Was ist das für ein Scheiß, ganz im Ernst. Was ist das für ein Scheiß. Was ist das für ein Scheiß, ganz im Ernst. Ich hasse mein Leben, ganz im Ernst. Ich weiß es nicht, ob es irgendwas bringen wird, aber das hätte ich früher mal wissen sollen. Ich habe die Jahreszeiten komplett vergessen. Was ist das für ein Scheiß, ganz im Ernst. Was ist das für ein Scheiß, ganz im Ernst. Oh, da habe ich jetzt nicht Fehler gemacht. Moment mal, es gab doch noch. Was gibt es alles? Oh ja, ich habe einen Fehler gemacht. Eigentlich steht hier schon alles, oder? Bis zum nächsten Mal. Das ist ein Punkt, oder? Das ist ein Punkt, ich weiss nicht mehr ob das... Und das gibt es ja auch ein anderes Punkt, oder? Hallo? Und diese Scheiß-Abordnung von diesen Scheiß-Dingern nervt, sowas... Wie soll man da gescheit hochkommen? Ist das Ding nicht da, und es ist noch nicht zehn Jahre geworden, dass es noch nicht da ist. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Na wo, ich mache es noch einmal. Kommt der, dann geht es fertig. Ja. 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 Ich bin einfach mal unterwegs. Ja, das ist klar bezänzida. Ich muss... Man... Das ist ein Fonidioter in der Luftgeist. Mann, was vergesse ich hier, das hier. Jetzt ist ja die Frage, er ist nichts beim nächsten. Wie mache ich das jetzt? Linie, ist nichts, Linie? Als ob jetzt das so scheiße. Ich verstehe auch nicht, vielleicht ist es da. Jetzt mal ganz ernst, was soll das hier darstellen? Ist das ein Punkt oder sind überall Punkte? Also, ich weiß nicht, was weiß ich nicht. Sie hat liegen gemacht, keine Ahnung. Sie zählt aber nicht richtig. Wir sind wegen dem einen, wieso können die nicht hier schnell kennzeichnen, Alter? Alter, Mann, dieses hochgehen und runtergehen, Alter, wie blöd muss man sein? So gehen die mir nicht einfach und scheiß Doppelsprung oder so, Alter. Falsch, aber was soll das da dann sein? Was soll das? Ich habe keine Plache, bei den Tagen. Ich hau' dir jetzt eine Stunde in dieser Scheiße. Ich habe keine Plache, bei den Tagen. Ich dachte, das im Winter-Dings war schon schlimm genug. Aber nee, das hier ist furchtbar. Wir machen CO2 Abs stress. Was soll das denn hier eigentlich Anytime schon bisogden? Wer sagt es, man? **ח Kush, zoroprochen Applaus ... ... Alter, hätten die mir einen scheiß Doppelsprung geben können, oder? Das machen die jetzt nicht. Einen scheiß Doppelsprung für diese Scheiße. Das sind die Scheiße. Ich habe das Kassel-Fisch. Diese Doppelsprung für die Scheiße. Ich habe das Kassel-Fisch. Ich habe das Kassel-Fisch. Ich habe das Kassel-Fisch. Okay. Dass man dort ständig 10 Jahre warten muss weiter. Und es geht noch, ist leicht. Die scheiß Rätsel, ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht, ob es wieder falsch ist, oder? Weil es hier noch besser geht. Ja, hä, was hab ich jetzt? Jetzt auch weiter an die Dinger. Ja, okay. Ja, ich hab schon verstanden, Alter. Ich bin jetzt so glücklich, dass jetzt gleich auf jeden Fall was passieren wird. Nach 10 Jahren, dass irgendwas passiert. Ich bin sehr glücklich, wie das macht, dass irgendwas passiert jetzt gleich. Ist mir egal was, aber es soll irgendwas passieren. Danke. Es ist richtig, danke. Ich bin sehr glücklich. Ich bin eingeläge, ich bin sehr glücklich. Das war ein Mal. O Actually, ich bin ein bisschen g içern. Oh my god, wie es so glücklich ist. Ich bin echt glücklich. Ich bin echt glücklich. Ich bin so glücklich, ich bin Angst. Es ist glücklich. mein meis leichtes der muss doch eigentlich das was wird mir hier sogar angezeigt oder gibt es diese Dinge gar nicht mehr dann war es das nicht, was ist das aufhine los? die Uhr wie ist es das hier am... da habe ich mir aber noch ablenken lassen von dieser anderen Scheiße das ist jetzt meine Frage, weil der halt auf der Fanta steht, da hätte ich das einfach ignorieren sollen vielleicht ne, es ist rund das kann nicht so es hat keine Ecke hier vorne, das hat keinen Sinn Mauder, ich weiß es nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht gut ich mach es jetzt einfach obwohl ne, es muss weiter rum gehen nein, falsche Richtung falsche Richtung das ist wohl das hässlichste, was ich jemals gemacht habe, das hässlichste an dem Spiel, was ich jemals gesehen habe lass mich bei Yooka-Lady ausrasten, lass mich bei Oriented Blindfold ausrasten, aber pfff das ist einfach nur langweilig das ist einfach nur langweilig was gibt es noch, die Uhr weiß ich, ok wo soll ich die alle eintragen, was soll das meine Frage ich dachte hier wär auch eins, oh ne was egal, alter, willst du mich verarschen, jetzt kommt ja hier noch mehr hoch und schon wieder mach ich den Scheiß Silbenfeder wieso kannst du nicht einfach einen scheiß Pilz geben einfach einen blöden Kopf, man kommt ja da nicht hoch guck mir doch einfach einen scheiß Pilz, wo ich dann nach oben komme kann man hier noch mehr machen, oder? ja im Moment doch hier werden die zwei los, aber das eine haben wir, also die Uhr können wir hier auch machen 880 Meter 880 Meter 30 später 20 also Bijot Zitzen Die Annahme hab ich ja bei Null geladen. Also bei der Annahme hab ich wirklich gar kein Plan. Was soll ich bei den anderen jetzt machen? Was soll ich das wissen? Ich bin jetzt da noch weiter oben. Was ist da oben jetzt? Oh, die drei. Obwohl, ach so ist Zeitmärchen, Idiot. Stimmt, okay. Wo mach ich die drei? Auch unten, oder? Weil das ist halt so groß, das geht bei meinen nicht. Linie. Linie. Linie acht. Linie. Okay, das ist denn. Linie. Acht. Linie. Linie, Linie acht. Linie, Linie acht. Linie. 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 Geht es jetzt hier? Noch mal eins. Linie, Linie. Linie, Linie. Ist das auch noch eins? Nein, das ist ungelegen. Ach, das ist auch noch. Geht es hier, jetzt kann man es nicht so gehen. Geht es hier, jetzt kann man es nicht so gehen. Ja. Oh mein Gott. Was ist das? Doch, ich idiote, das ist voll leicht. Wenn man das Muster kennt. Oh. Okay. Nein. Nein, doch. Nicht in die Richtung. Ich mache nicht aus, wie viel die Scheiße jetzt ab ist. Es ist schon 5 Uhr morgens. Und ich glaube tatsächlich, weil ich die Leiste runtergeschraubt habe, geht mein Aufnahmeprogramm wieder. Aber ich vertraue mir jetzt nicht und mache trotzdem ein paar Karten. Egal. Ich muss noch mal angucken, das Logo. Hier, hier, hier. Okay. Okay, ich fang oben an. Ja, ich fang hier an. Und zwar, bei dem. Genau hier. Okay. Okay, doch. Doch. Ich brauche was. Punkt gewesen zu. Nein. Doch. Jetzt ergeben diese Scheiß zwei Punkte auf den Sinn, Alter. Und ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Wieso sind da einzelne Punkte? Aber die sind miteinander verbunden und man sieht es nicht. Wenn man dieses Scheiß Logo nicht im Kopf hat. Ich bin so glücklich, dass ich es jetzt herausgekommen habe. Das kann man mir glaube ich gar nicht glauben, wie glücklich ich es jetzt bin. Und jetzt das letzte. Oh mein Gott, jetzt. Oh. Ja. Oh mein Gott. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin so verfickt nochmal glücklich. Ich bin so verfickt nochmal glücklich. Dass ich das finde. Oh mein Gott, endlich. Jetzt? Oh. Oh mein Gott. Weißt du Fuchs, die Knospe ist nicht von Grund auf böse. Sie hat nur nicht verstanden, was das Ritual der Jahreszeiten wirklich ist. Sie hat sich von ihren Ängsten überwältigen lassen und sich ein Gefängnis gebaut. Ich flehe dich an. Tu, was du kannst, um sie da herauszuholen und zu uns zurückzubringen. Finale? Ich glaube nicht. Aber trotzdem. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal seem� Finale.